Der Motorrad-Time liegt hier vorne. Mag wer den Zombie marxen? Aufhör. Oder so. Ich treffe ihn nicht. Aber ich muss erst mal hier auf. Wenn der Bildhaut Deutschler auf dem Körper. Echt ein Redja? Oder ist das ein kleiner Junge? Ich würde sagen, das ist ein kleiner Junge. Wer von ihnen hat es gesagt? Schwarze. Wer ist ein Blauhelm? Wer ist denn dies mit einem blauen Helm? Dicke. Kriegst du zurück? Ist das geil? Ist das geil? Ist das geil? Ich würde sagen, wir machen ein kleines Spiel. Weil wir ja nicht rassenfeindlich sind, lassen wir den Schwarzen außen vor. Und die anderen zwei dürft euch gegenseitig... Wir machen's anders. Du mit den Wuhl-Code hier. Du kommst mal bitte. Du kommst mal bitte. Oder bleib mal da sitzen. Und du mit dem Roten. Du kommst mal bitte zu mir. Zu mir. Was wollt ihr? Keine Verhandlung hier. Du, Enrod, du kommst jetzt mit. Okay. Einmal vor mich hinsetzen bitte. Hinsetzen. Okay. Und zu mir gucken. Kann sich mal einer hinter den stellen. Der einfach in Schach ist. Pack jetzt hier zwischen denen ne Waffe und dann meine Schaufel hin. Und dann sagt, ihr dürft jetzt bei drei aufeinander los sprinten. Und wer die Waffe kriegt und den anderen zuerst tot haut, darf am Leben bleiben. Soll ich irgendetwas machen, weil ich war kurz nicht da. Okay. Du bleibst dort sitzen. Ihr könnt euch jetzt selber noch entscheiden, ob ihr eure Ausrüstung anbehaltet oder nicht. Wann ist der Server down? Ich pack jetzt hier ne Schaufel auf den Boden. Und dann zähle ich bis drei. Also es geht darum... Also ist ja immer so, wenn Leute... Andere Leute, in der sie treffen, irgendwer muss halt sterben. Tut uns sehr leid. Also ihr zwei kämpft jetzt über das Überleben. Ich pack jetzt hier eine Waffe hin. Ihr müsst dann möglichst schnell... Ach hier, nehmt mal erst noch die Waffen ab, bitte. Packt mal eure Waffen auf den Boden. Ihr dürft natürlich keine haben. So. Jao. Achso, ich musste bei Waffe eine ablegen. Auf den Boden. Okay. Auf. Achso, das bist du ja, wa? Ja, das bin ich. Tut mir leid. Wir machen's mal. Irgendwie gefällt mir der Typ mit dem Cowboyhut. Wir tauschen mal den Schwarzen gegen den mit dem Cowboyhut. Cowboyhut, du rennst mal da rüber und der Schwarze kommt hierher. Ja, ne, hallo. Ich will doch nicht unseren eigenen. Ja, ne, hallo, ich will doch nicht unseren eigenen. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Kommt zu mir oder ich schieße. Dann hat dein Kollege gewonnen. Hier hinsetzen. Vor mir. Vor mir. Vor mir. Danke. So, zwischen euch befindet sich eine Waffe. Ich werde jetzt laut bis drei zählen. Wie gesagt, ihr kämpft jetzt gegeneinander ums Überleben. Wer überlebt, darf überleben. Den Rest lassen wir halt frei. Einer muss halt sterben. Das ist halt Daisy, ne? Ich wünsche euch viel Spaß. Ich zähle. Eins. Bei. Drei. Ich hab' betrogen. Jetzt ist ein Cowboy aufgenommen. Knall beide ab! Knall beide ab! Scheiniger auf! Nein, lass sie doch hacken. Ich hab' gesagt, die dürfen überleben. Das ist eine blutige Angelegenheit hier. Ihr guckt hier. Ich guck mal die Straßen lang runter. Ich hab' was von hinten kommt. Du bist ein Schwarz-Glaus überlebt. Hier ist was zum Verbinden. Hier ist was zum Verbinden. Bitte tötet mich nicht. Nein. Wir lassen dich am Leben. Sag's ja. Ey, jetzt töten nicht. Er lebt noch. Jetzt nimmer, oder? Doch, er lebt noch. Lass doch wenigstens einer am Leben, wenn wir schon so'n Spiel machen. Lass den überlegen. Den Schwarzen. Er hat schon gebettet, dass er sein Leben bleiben möchte. Ja, okay. Ach, gib ihm den. Gib ihm den. Nein, den lass mal leben. Okay. Auf geht's! Renn weg! Oder wir überlegen uns das jetzt ernst anders als dir! Drei Minuten Zeit zum Verlassen. Wie, du bist bewusstlos! Zeigt ihr euch befohlen! Renn! 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 Aber jetzt... Das ist doch schon gut cool! Das finde ich nicht sch... Das war nicht gut. Entschuldigung. Renn! 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 Okay, schön war's! Okay. Aber wir hatten ein bisschen Spaß. Das war's!